Und ja, hier bin wir wieder! Ich bin hier wieder! Das ist der Bahnfahrer! Ah, ah! Ja, eure drei Vollmongos in MW3. Eigentlich müsste ich daraus eine neue Serie machen, ja? Ja, eigentlich wohl. Weil Call of Noob hatten wir schon mit mir in MW3. Das hab ich ja abgebrochen und hab Call of Noob in Black Ops 2 gemacht. Und normal als... Und normal als Let's Play MW3 kannst du nicht rechnen. Dafür sind wir zu bescheuert. Ja, Stößchen! Was machst du denn, Alter? Hast du so lange nicht abgewaschen, dass alles voll steht am PC, Alter? Du bist doch mit so'n Löffel in ne Runde an die ganze Nacht. Typophon für Arme, Alter. Nein, Mann! Ich hab immer so'n bisschen Vorrat am PC stehen. Nein, Mann! Ich will noch nicht gehen! Ich will noch ein bisschen... Ich will noch ein bisschen zocken! Noch ein bisschen ballern! Die Map kenn' ich noch gar nicht hier, ne? Die haben wir vorhin schon gespielt, oder nicht? Was ist die noch nicht hier? Ah, ne, die haben wir gewählt! Da hast du noch viel gecrashed! Ah, stimmt! Ja, die Map kenn' ich aber auch nicht! Ich kenn' einfach mal Mage and Day! Die Map ist da, wo es lang geht! Doch, die Map hab' ich schon mal gespielt! Aber da hab' ich voll gefailt, Alter! Mal, hier läuft nie wieder Mage and Day, Alter! Ja, ich merk's auch grad! Oh Gott, scheiß MK14 nur mehr! Ja, die Map sieht auch aus wie nicht fertig geworden, ne? Bäh! So sieht in Call of Duty jede Map aus! Ah! Das, das erklärt einiges! Uh, Doppelabschluss! Die sind schon tot! Ich hab' den Doppelabschluss gemacht, Mann! Ach so! Ja, ich auch! Ich hab' auch grad! Wir haben Kämpfer und Doppelabschluss! Dritter! Dritter! Hopp! Hopp! Ja, alle! Ja, ich, ich hab' meine Abschlussserien durch! Und ihr so? Ja! Das ist ne' charmante Art nach Schlägen zu battlen! Wer ich? Ja! Na komm, ich mach' ja mal Licht! Ja, ich hab' keiner, wo ich gelanglaufen muss, Alter! Ja, meine Vorräte sind auch, komm' auch! Gib' mir was Schönes! Gib' mir was richtig Geiles! Was richtig Geiles will ich! Ja, noch ne Predator! Na, kann ich mitlegen! Das muss ich hier aber weg! Da kommt man nicht hin! So, Predator raus! Ja, 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 ja! Ah, nur den einen! Ich hab' gedacht, ich krieg' zwei! Oh! 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 Was ist los mit dem Horst, Alter! Horst! Das spürt's immer gut, weißt du, kommt neuer Horst! ich kann ja genau bist du der schlemmer gibt er noch gibt er noch nicht ist tot nein da war noch einer ja aufklärungsdrohne ist raus zweit heute aber wie major gesagt hat du hast ja gesagt es sind jetzt weniger hacker da ja ist nicht schlimm den habe ich aber durch den helm gehört hat richtig plong gemacht fahrt durch den helm? ja so richtig so ploing die muschis schimmeln doch schon wieder hier da höre ich auf zu schießen kennst du was wenn du denkst du weißt genau wie viele kugeln der gegner braucht ja mann na das ist so schlimm ey der muss echt einfach machen das ist ja mehr spaß wie bf3 oder so oder bf4 ja das ding ist einfach schneller als irgendwie erstens das und zweitens diese abschussserien die machen das spiel viel interessanter ein bisschen du kannst doch mit dem spezialisten komplett ohne spielen das mache ich auch mal ganz gerne ja da kriegst du ja dann hier vorteile dann kriegst du halt mehr perks ne war das nicht so? ja ne? ja boah da hab ich geflasht aber da levelst du mega schnell weil wenn du jedes mal spezialisten bonus hast kriegst du dir halt glaube ich 2000 ep jedes mal wenn du den erreichst die dritte predator in der runde und ich verkackse ne ja aber üben karl ja aber ich hab mir noch mal noch mal ein paar kisten hingeschmissen oh das ist der andy der gespawnt ist was ist in der kiste? ein geschützt einsatzbereit da war ein gegner da sind zwei gegner ein hab ich was ist der andere wo ist hin? ah ist tot vorräte sind unterwegs aufklärungsdrohne einsatzbereit aufklärungsdrohne bereit ähm nein wir ziehen alle ich hab euch mal noch ne drohne raus gehauen läuft grad ein bisschen ich würde ja meine abschussserien höher stellen wenn ich wüsste dass ich immer gut spielen würde aber können die lobbies nicht immer so bequem sein? ohne hacker ohne alles? ja ne irgendwie schon ist total angenehm zu spielen ey das in black ops 2 das wäre so geil ach hier gehts noch höher guck einer an feiner karl braucht ihr noch ne drohne? na dann einfach eine raus ich hab auch noch mal vorräte oh da war zwei ok oh die Kiste backt aufm Panzer nein ah ich kanns oh Tieflieger ja sehr schön rechte Maust ah ne da geht nicht so ich hoffe die Tieflieger machen irgendwas sinnvolles ich kanns euch nicht versprechen ich hätt auch noch ne Predator gehabt oh wot ne Runde alter aber triffst doch sowieso nie halt die Fresse wär die vierte gewesen die Runde hammerhart ich hab doch immer ne Predator alter alter 21 7 hör mal Teamspieler 3 ey so gut hab ich das letzte mal gespielt als ich noch jung und knackig war oder so ACR Rotpunkt schnullisch Terminal meiste drohen ja dazu wieso ja klar Terminal Terminal danach nach 20 �